Hallo meine Lieben, heute ein Style & Talk Video für euch und zwar habe ich eine ziemliche Odyssee hinter mir. Das erzähle ich euch jetzt gleich im Anschluss, wenn ihr wissen wollt, was mir so passiert ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Seid bitte nicht allzu kritisch mit mir, denn es ist mein erstes Style & Talk. Ich gebe mir Mühe, aber Übung macht den Meister. Genau, das wollte ich noch dazu sagen und wenn es euch jetzt interessiert, wie dieser Look hier entstanden ist, mein Alltags Make-up, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich würde mich freuen. Viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, so sehe ich also ungeschminkt aus. Ich habe mir schon mal einen Primer aufgetragen und zwar meinen liebsten von NYX. Und jetzt verwende ich zwei Foundations von Astor. Ich mische die immer, damit es von den Farben her passt. Und ich habe mir jetzt gerade tatsächlich schon ein bisschen überlegt, was ich euch denn so erzählen könnte. Ich habe ja eine ziemliche Odyssee hinter mir. Ich wurde nämlich eingeladen von Leonardo Glass nach Bad Driburg in den Glass Cube, worüber ich mich natürlich total gefreut habe. Denn dieser Glass Cube ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe ganz viel drüber gelesen und war dann auch wirklich überglücklich, dass ich mir den mal anschauen durfte. Denn ich liebe den Bauhaus-Stil. Ich beschäftige mich schon seit Jahren damit. Und wo ist mein Sponge? Moment. Und zwar liebe ich ja total den Bauhaus-Stil. Also ich habe da auch wirklich schon viel drüber gelesen, viele Bücher mich seit Jahren damit beschäftigt. Und wir haben auch im Bauhaus-Stil gebaut. Ja, wer hätte es gedacht. Also wir haben so Cubes, die ineinander gebaut wurden und dann eine große Glasfassade. Also ich liebe es. Und Gott sei Dank hatte ich dann unsere Architektin an unserer Seite, die mir natürlich wahnsinnig geholfen hat. Jedenfalls, wie gesagt, war ich halt total interessiert an diesem Glass Cube und natürlich auch an den Produkten von Leonardo. Das ist natürlich keine Frage. Um erstmal dahin zu kommen, war es ziemlich heftig. Denn hier bei uns im Ort ist der Zug schon mal 15 Minuten verspätet losgefahren, sodass ich meine drei Anschlusszüge nicht mehr bekommen habe. Ganz klar. Und dann wirklich auch ganz, ganz lang an den Bahnhöfen stand in der Kälte. Und ja, das alles erstmal mit Humor gesehen habe und ich trotzdem positiv natürlich eingestimmt war, wie ich eigentlich immer bin und das Ganze gar nicht so negativ gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich meine komplette Snapchat-Familie bei mir hatte. Also ich habe unglaublich viel Datenvolumen verbraucht. Aber dazu kommen wir später noch. Jedenfalls habt ihr mich begleitet. Insbesondere eine ganz, ganz liebe Abonnentin, die bei der Deutschen Bahn arbeitet. Und das war so, so süß, weil sie mir ständig alles Mögliche rausgesucht hat. Ich weiß, es gibt auch die App fürs Handy, aber Schande über mein Haupt. Ich habe nicht genug Speicher. Ja, in Kassel ist dann noch die Rebecca Flöter zugestiegen. Das ist ja auch eine Bloggerin. Und mit ihr war ich beim Astor-Event in London. Wir durften Heidi Klum treffen, also wir beiden, Rebecca und ich. Und das war natürlich das Ereignis schlechthin letztes Jahr. Und sie ist dann, wie gesagt, in Kassel zugestiegen. Und dort mussten wir dann auch wieder warten, weil der andere Zug auch wieder Verspätung hatte. Also es war alles ziemlich kompliziert. Aber wir haben uns dann im Zug unterhalten. Als es dann losging, waren dann ungefähr so 20 Minuten unterwegs. Alles war gut. Wir haben uns unterhalten. Wir hatten unseren Spaß. Und dann war es so, dass wir uns gewundert haben, weil wir wirklich schon über eine halbe Stunde standen. Und dann eine Durchsage kam. Ich verwende übrigens hier meine Luvia-Produkte. Hier den Duo Blush. Und hier, das war mein Puder von La Bourjoise. Das hat übrigens auch schon heftig hit the pen. Ich zeige es euch mal kurz. Tata! Krass, ne? Ja, jedenfalls kam da eine Durchsage, dass gerade ein Notfalleinsatz irgendwie ist und wir deshalb nicht weiterkommen. Ja, das Event, das fing um 12.15 Uhr an. Also um 12.15 Uhr war Ankunft in Bad Trieburg geplant. Und es war schon halb eins. Und wir hatten noch eine ganz schöne Strecke vor uns. Und irgendwie nach einer halben Stunde habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt gehst du mal raus und guckst du mal, was da los ist. Auf jeden Fall bin ich aus dem Zug ausgestiegen. Und dann waren da Feuerwehr, Notarzt, Polizei. Und irgendwie wussten wir nicht, was los ist. Naja, gut. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind um 2 Uhr erst in Bad Trieburg angekommen. Was natürlich total doof war. Jetzt im Nachhinein haben wir erfahren, dass jemand gestorben ist im Zug. Ja, zwei Abteile hinter uns. Das konnten wir natürlich nicht wissen, ne? Ist klar. Jedenfalls waren wir dann dort beim Event und es war total schön, alles zu sehen. Wie gesagt, ich hatte einen Riesenspaß. Ich muss mal kurz konturieren. Moment. Reden und schminken ist ein bisschen schwierig. So, gut. Jedenfalls war ich total geflasht von dem Gebäude und habe alles aufgesaugt. Falls ihr da einen kleinen Zusammenschnitt sehen möchtet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde das super gerne zusammenschneiden. Also da hätte ich eine Riesenfreude daran. Ich verwende übrigens gerade den Highlighter hier aus meiner Luvia Shaping Palette und ich habe auch den Browser verwendet, um mein Gesicht zu konturieren bzw. ein bisschen aufzuwärmen. Jedenfalls, ja, die Produkte, die Produktneuheiten, die jetzt kommen werden, der absolute Wahnsinn und die Chefs, also es ist ein Ehepaar, total sympathisch. Alle beide sehr jung. Es ist ein Familienunternehmen und also es war wirklich ganz, ganz toll. Und die fünf Stunden, um dort hinzukommen, waren irgendwie wie vergessen. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass da jemand gestorben ist. Ja, dann war es so, dass wir zurück mussten und ja, es war dann halb sechs. Also wie gesagt, ich war, das Event war nur dreieinhalb Stunden, so circa knapp vier Stunden und ich war aber 14 Stunden allein mit dem Zug unterwegs für dieses Event. Ich verwende jetzt hier meine liebste Lidschattenpalette. Für jeden Tag ist die ideal. Es ist eine matte Palette und zwar ist es die Golden Eyeshadow Palette. Wenn es ein bisschen schicker sein soll, könnt ihr auch diese Rose Golden Eyeshadow Palette verwenden. Die hat ein bisschen mehr Glitzer, aber ich mag sie im Moment sehr, sehr gerne matt. Und ich neutralisiere mir erstmal mein Augenlid mit der hellsten Farbe. Jedenfalls mussten wir dann eben los in Bad Driburg und dann standen wir da und der Zug hatte wieder 20 Minuten Verspätung, sodass wir wieder in der Kälte standen. Naja, dann waren wir wieder in Kassel angekommen und dann hieß es, ja, der Zug hat 45 Minuten Verspätung. Also haben wir uns ganz kurz was Warmes geholt, Rebecca und ich und dann ist sie schon mal gegangen, weil sie muss ja woanders hin. Und dann schreibt sie mir, oh nein Heidi, ich habe meinen Zug verpasst, der kam jetzt doch. Oh Gott, dann habe ich natürlich Panik bekommen, weil der Nächste, der wäre erst zwei Stunden später gefahren. Da dachte ich mir, komm, gehst du lieber mal runter, ne, an deinem Gleis und bleibst lieber dort stehen. Ja, dann stand in der Anzeige 55 Minuten Verspätung. Leute, ich bin bald wahnsinnig geworden. Ich war trotzdem immer noch irgendwie lustig und positiv, habe mit euch rumgeshakert auf Snapchat, das war ja alles gut. Ich habe mich auch windgeschützt gestellt, natürlich, ich stelle mich ja nicht direkt vor an die Gleise. Und ich nehme jetzt hier übrigens meinen liebsten Ton, das ist so ein Movedon. Ich habe hier schon sowas von Hit the Pan, ich blende euch das mal ein. Das ist mein absoluter liebster Ton im Moment, den ich tagtäglich verwende. Ja, jedenfalls war ich da eben gestanden, ich mit meinem Kleid, ne, ich hatte zwar eine Thermostrumpose an, klar, aber ich war dann irgendwann echt verzweifelt. Ich habe meine Fußzehen nicht mehr gespürt und ich habe mir dann aus Verzweiflung, das habe ich euch auch auf Snapchat erzählt, den Pulli, den ich auf der Hinfahrt an hatte, um meine Hände gewickelt und habe mir den Rock, den ich auf der Hinfahrt an hatte, unter mein Kleid gezogen. Leute, ich war echt durch, ne, ich war echt durch. Und dann, ja, 55 Minuten bei minus 11 Grad, minus 11 Grad, ja, am Bahnhof gestanden. Es war abends um 8 dann mittlerweile und dann ging es weiter nach Fulda. Also gut, in Fulda habe ich dann erfahren von dem Zugbegleiter, dass sich wohl jemand umgebracht hat und deshalb der Zug Verspätung hatte. Um Gottes Willen, ich war total geschockt, ich war so, so traurig, das habt ihr auch gemerkt. Und der Zugbegleiter, der meinte aber, dass das wohl um diese Jahreszeit gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Menschen das machen, weil sie eben, ja, draußen ist dunkel und Depression und so und dann geht es halt bei mir im Kopf sofort drum, ne, und dann denke ich mir, um Gottes Willen, ne, die armen Angehörigen, warum hat derjenige das gemacht? Und der arme Lokführer, die armen Menschen, die, ähm, jetzt zu den Gleisen müssen und so weiter. Also es hängt ja so viel mit dran, ja. Also was soll ich da über die Deutsche Bahn schimpfen, Leute? Da kann die Deutsche Bahn gar nichts dazu. Was können die dazu? Ganz im Gegenteil, die armen Leute, die da arbeiten, ja. Also wenn Menschen sich zu sowas entscheiden, warum auch immer, furchtbar. Ganz schlimm, ich war echt total geschockt. Und jedenfalls war es dann so, dass ich hier natürlich dann meinen Anschluss auch wieder nicht bekommen habe, im nächstgrößeren Bahnhof, der ungefähr 100 Kilometer weit weg ist, also so ungefähr, ne. Und dann war es so, dass ich wieder am Warten war, draußen in der Kälte, echt, ich war so durch. Und dann war es so, dass ich, dass der Zug endlich kam, ich durch den kompletten Zug gelaufen bin und geschaut habe, wo ich mich hinsetzen soll, ne. Und das dann so war, dass im kompletten Zug vier Männer waren, nur vier Männer. Und dann dachte ich mir noch so, um Gottes Willen, ne, also nichts gegen die Männer. Ich habe auch keine Vorurteile, ne, aber es war halt abends. Es war schon halb zehn oder so. Es war super spät, also keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mal genau die Uhrzeit im Kopf. Es war schon, glaube ich, nach zehn sogar. Und dann bin ich schnell aus dem Zug raus, ne. Dann habe ich mir den Zug nochmal von draußen angeschaut. Und dachte mir, Mensch, ne, wo sind die ganzen Leute? Wo sind denn da Frauen? Ich habe einfach Angst gehabt. Und die, die mir so geholfen hat, die mir so beigestanden ist, eine ganz liebe Abonnentin auf Snapchat, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, falls du das siehst. Sie arbeitet nämlich bei der Deutschen Bahn und sie hat mir die ganze Zeit geholfen, welchen Zug ich denn jetzt nehmen soll und so weiter. Denn natürlich gibt es diese App. Klar, aber wie gesagt, die habe ich ja nicht, ne, Datenvolumen und so. Die hat gesagt, Heidi, geh vor zum Zugbegleiter, bleib bei dem in der Nähe, ne, so. Und die wird es ja wohl wissen. Naja, also gut. Und keine Menschenseele, außer diese vier Männer weit und breit. Und dann habe ich mich so umgeschaut im Zug noch vorher, ne. Und da sind diese riesen Toiletten gewesen, die so runde Türen haben. Und scheinbar ist das halt für die Menschen, die mit dem Rollstuhl rein müssen, ne. Also riesig. Und dann dachte ich mir noch so, um Gottes Willen, ne, wenn mich da jemand packt, ne. Das wird jetzt nicht so lustig hier. Oder ich war sehr angespannt, aber nach außen natürlich noch trotzdem total gut gelaunt und lustig, ne. Obwohl ich schon viele, viele Stunden zu der Zeit dann unterwegs war. Wie gesagt, von frühsum acht, ne. Und dann habt ihr mir total zur Seite gestanden. Wirklich. Also ich habe so unglaublich viele Nachrichten bekommen. Ich rede gleich mal weiter mit euch. Ich ziehe mir eben mal einen Lidstrich und dann bin ich gleich wieder da. So, meinen Eyelinerstrich habe ich mir gezogen mit dem Super Liner von L'Oreal. Habe ich euch schon ganz oft von erzählt. Und meine Wimpern habe ich getuscht mit meiner For Slash Superstar X-Fiber-Mascara. Die hat ja zwei Phasen. Und zwar ist es fürs Volumen und die verdichtet und die werden super lang. Also es ist richtig cool mit diesem Primer. Ich liebe sie. Da ist ja so, ähm, da sind so Fibers mit drin. Deswegen heißt sie ja so, ne. Die bin ich gerade am testen, habe euch aber auch schon viel davon erzählt. Und für meine Lippen habe ich meine zwei liebsten Produkte verwendet. Und zwar zum einen meinen Lip Liner von P2. Die 130 First Lady. Und dann finde ich passt super gut mein NYX Lippenstift Liquid Liner dazu. Und zwar ist es dieser hier. Die Farbe finde ich passt total gut zu meinem Eyeshadow. Das verbindet sich irgendwie. Also ich mag es super gerne. Und das ist eben mein Alltagslook, den ich, ja, in den letzten Tagen wirklich nur noch trage. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo ich war. Was ich euch jetzt zuletzt noch erzählt habe. Ich glaube, ich war bei den Männern stehen geblieben, ne. Die da im Zug waren nachts. Und ich ganz alleine. Und ihr dann wirklich mich auch immer wieder fragt. Mensch Heidi, du bist immer so positiv. Und du bist immer so lustig. Und es macht so Spaß, dir zuzuschauen auf Snapchat. Dein Alltag. Obwohl du so viel zu tun hast, bist du immer gut drauf. Ja, also ich kann euch wirklich nur dazu sagen, dass bei mir natürlich nicht immer alles super lustig ist. Und Friede, Freude, Eierkuchen, ne. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich denke mir halt immer, also jetzt als Beispiel. Vielleicht könnt ihr euch das ja mal annehmen von mir, ne. Das wäre ja total schön. Als kleinen Tipp. Wenn ich viel Wäsche habe, wenn ich irgendwelche Termine habe, wenn ich putzen muss. Oder, oder, oder. Wenn irgendwas ansteht, was jetzt nicht so angenehm ist. Ich muss es ja eh machen. Dann mache ich das doch lieber mit einem Lächeln. Und gehe so durch den Tag. Weil sonst versaue ich meinen Mitmenschen irgendwie den Tag. Und motze nur rum. Und ich muss es ja eh machen. Dann mache ich es doch lieber gut gelaunt. Und dann komme ich auch besser durch den Tag. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich hatte in meinem Leben tatsächlich schon ganz, ganz viele schlimme Situationen. Ja, jetzt sind wir mal ehrlich. Ich muss euch das ja jetzt nicht hier erzählen. Das werde ich auch nicht tun. Aber es war nicht immer einfach. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mir irgendwie für mich vorgenommen, das anders zu machen. Ich mag das auch nicht, wenn ich Menschen treffe, die so negativ sind. Da denke ich mir immer, Mensch, was ist denn los? Klar, man weiß natürlich auch nicht, was komplett hinten dran ist. Das sind Probleme und so weiter. Das ist ja keine Frage. Aber wenn ihr zum Beispiel das nächste Mal mit der Deutschen Bahn fahrt, jetzt nehmen wir mal mein Beispiel, dann denkt einfach mal an mich und denkt euch, Mensch, die Heidi, die war da in der Kälte und war durchgefroren, 14 Stunden unterwegs und war trotzdem gut gelaunt. Und natürlich hatte ich Angst, als ich da alleine im Zug war mit den Männern. Das habe ich aber nicht nach außen getragen, weil das ist ja innerlich. Damit muss man dann einfach, ich bekämpfe das dann einfach. Das ist so meine Art. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ja, du warst schon immer so, dass du nicht rumgeheult hast. Meine Schwester zum Beispiel, die ist ganz anders. Die muss sich mitteilen, die muss immer jammern und das ist ja auch eine Art. Das ist ja in Ordnung. Ich liebe ja meine Schwester. Ja, also so viel dazu. Vielleicht als kleinen Tipp für euch. Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen annehmen. Da würde ich mich jedenfalls total freuen. Und jetzt mache ich mal Schluss, weil ich glaube, das Video wird total lang. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, seid nicht allzu kritisch mit mir. Hinterlasst mir aber trotzdem Kommentare. Würde ich mich total freuen. Ich habe übrigens auch noch eine mega Verlosung auf Instagram im Moment für euch. Und zwar dürfte ich mir ein paar Produkte aussuchen vom Shop Spectacular, heißt der genau. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ich habe jetzt hier nur mal stellvertretend ein Produkt. Die anderen liegen alle hier. Und zwar dürfte ich mir einige Produkte aussuchen. Das ist mit Naturkosmetik. Also ganz, ganz interessante Produkte, die ich am Testen bin. Und die allergleichen Produkte habe ich dann für euch nochmal bekommen, damit ich sie verlosen kann. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ihr auch bei meinen zwei letzten Videos mal vorbeischaut. Alle Produkte werde ich euch mal unten in die Infobox schreiben, falls euch da irgendwas interessiert. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!